I'll never stick this way It's my day, it's dead and me No, you don't see Am Festival mitspielen möchte den Elsasser Christi Blasir. Sie sind direkt darauf gesprungen und ihre Hoffnung ist gross. Dass uns Leute ein bisschen erkennen. Vielleicht ein Album von uns zu kaufen oder... Ich weiss nicht. Dass sie vielleicht auf unserer Seite auch nicht kommen und unsere Musik ein bisschen hören. Jede Gleichheit ist gut, vorzuspielen. Es macht uns auch ein Plaisir. Es ist so rar, so ein Festival. Wenn auch ihre Achtrugleder nicht so lustig sind, haben sie auch einen Platz neu. Wenn wir halt ein paar Kumpel hier treffen, dann wird es halt eben Zeit in der Luft. Ja, wir können auch gut hören über dem Spielen. Hat er noch eine Träume über uns Musiker zu sein? Ah ja, das wäre der Clou. Das wäre das Beste. Aber es ist auch schwer in diesem Milieu, dass gute Leute kommen und es nur recht weiterspringen. Die Konzerte sind frei für die Leute. Sie können Musikerische und ein Glas trinken oder einen Bratstall und Würstchen essen. Hoi neu ist auch Sprungbrat für die alle Gruppen. Es ist ein grosser Schritt, wie das Festival hier macht. Thomas, bonjour. Ça va bien? Der Festival läuft jetzt in der ganzen Stadt. Man zieht ein bisschen auf. Was wir wollen, ist auch Qualität zu haben. Wir kommen vom Anfang bis zum Anfang, Heeren und Löwen. Zwei Wirtschaften mit und empfangen Kinder. Das ist das erste. Und das ist die wichtigste Zeit. Das ist das störeste. Das ist die Grund, die es auf die Kultur, die es grüßen, die sich auf den Brüllen, die Leute rüsten, nicht nur auf sie zu schüttern oder auf uns. Wir müssen die konkurrenten mit unseren Kunden, mit unseren Kunden, dass es auch so sind, dass es die Rekord, dass wir da eine gute Einde, also mit uns in den Freunden sind. Eben non, forcément, je n'ai pas plus, denn chaque fois, je suis ici, je travaille. Donc, en plus, pour moi, ça va être la première. Je vais enfin assister à un spectacle de l'humour des notes. Et d'un paar, ist der Festival gewinnt. Er macht schon 6. Mal mit. Die Mischung von Musik und Humour et der Choregrafie oder im Texte, das gefällt dir in Rungen. Des spectacles intéressants, qui sont interactifs avec le public, ils en sortent souvent ravi et surpris. Quand le public participe et accroche, il y a tout de suite une dimension qui est super sympa à vivre. Ça nous permet aussi d'agrandir la clientèle, ce qui est toujours intéressant pour nous. Et dans le Minko-Serie, il y a quelque chose à laisser. C'est vraiment l'humour des notes à ce moment-là. Effectivement, il y en a des fois, qui craint un peu dedans. Stimmung gibt es immer à la Casa Luca. Er macht aussi ses concerts au mois, mais le festival sait d'un et le public un, qui n'est pas à la bar. Alle concerts sont du moins son, mais il y a des gens qui n'ont pas à la bar, qui n'ont pas à la bar. Les concerts ont des concerts, mais avec la live-musique, il y a toujours moins d'argent. Il y a des gens qui n'ont pas à la bar. Mais c'est pour les enfants, c'est une chaleur. C'est une chaleur. Tous les plus grands sont passés dans les bars. Les Beatles, les Stones, U2, Queen, tous les grands groupes qui existent, et bien qu'ils sont des lieux pour se exprimer. Il y a un artiste qui se met en danger sur scène avec un instrument. Les applaudissements qui l'ont retiré derrière, c'est la plus belle des récompenses. Il y a 12 ans, il y a 800 concerts organisé. Il y a tous les festivals, il y a des